Heute werden wir das Wort Gottes unter dem Titel Das Leben eines Christen studieren. Wie sollten wir als Christen mit dem richtigen Glauben unser Leben führen, um unseren Nächsten und unserer Gesellschaft ein gutes Vorbild zu sein? Wir sollten zu dem Salz und dem Licht der Welt werden, damit wer auch immer unsere Taten sieht, denkt, sie müssen auf jeden Fall zu der Gemeinde Gottes gehören. Deswegen lassen Sie uns heute herausfinden, was für ein Leben wir gemäß der Bibel, der Propheten und Gott als Christen führen sollten. Werfen wir einen Blick auf die Lehren der Bibel in Bezug auf diesen Punkt. Sehen wir uns zuerst Jesaja Kapitel 46 an. In Vers 10 steht, Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gott hat von Anfang an das Ende verkündet. Gott erlaubt es uns, von Dingen zu wissen, die erst noch geschehen werden, und von seinen Werken, die er vollbringen wird. Mit anderen Worten, bedeutet das nicht, dass Gott alles über die Zukunft weiß? Sehen wir uns in Bezug darauf einen weiteren Vers an. Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Dieses Buch bezieht sich auf die Bibel, die wir uns gerade ansehen. Hier steht, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Der Grund, aus dem wir Jesaja Kapitel 46 und Offenbarung Kapitel 22 lesen, ist, Gott, der von Anfang an das Ende sieht, hat uns geboten, der Bibel nichts hinzuzufügen oder etwas von ihr wegzunehmen. Wir verstehen vielleicht jetzt nicht voll und ganz, warum Gott das gesagt hat. Genauso klar, wie wir die Gesichter anderer sehen können, wird in naher Zukunft der Tag kommen, an dem wir erkennen werden, warum Gott uns geboten hat, der Bibel zu folgen. Die Bibel erklärt deutlich die Art von Leben, die Christen führen sollten. Auch wenn viele den Sabbat und das Passa als kostbar betrachten, haben sie in Bezug auf die Lehren über das Leben eines Christen Zweifel und fragen sich, ist das wirklich ein Gebot von Gott? Sie betrachten sie lediglich als moralische oder ethische Lehren in der Bibel. Aber so ist es nicht. Wie, lehrt uns die Bibel, sollten wir alle Worte von Gott betrachten? Wir dürfen der Bibel nichts hinzufügen oder etwas von ihr wegnehmen. Gott lehrt uns, sanft und freundlich zu sein, damit wir uns in die himmlischen Bürger verwandeln können, die die Gerechtigkeit anziehen. Manche weltlichen Leute sagen vielleicht, nur Narren sind sanft und freundlich. Wozu sollte man so leben? Aber wenn es ein Wort Gottes ist, so müssen wir es umsetzen. Ist nicht alles, was Gott in der Bibel festgehalten hat, essenziell für unsere Erlösung? Alles in der Bibel ist absolut notwendig, damit wir in den Himmel gehen können. Wie steht es mit denen, die diesem Willen Gottes nicht gehorchen können? Ist nicht das der Grund dafür, dass Gott gesagt hat, dass man von Neuem geboren werden muss? Wenn Sie beim ersten Versuch keinen Erfolg dabei haben, von Neuem geboren zu werden, versuchen Sie es erneut. Wenn man beim zweiten Versuch erfolglos ist, so muss man es ein drittes Mal versuchen. Als zum Beispiel Thomas Edison versuchte, die Glühbirne zu entwickeln, die wir heute täglich benutzen, hatte er viele Misserfolge. Nach einem Misserfolg betete er zu Gott und sagte, ich möchte der ganzen Welt Licht geben, bitte lass mich wissen, was falsch lief, und schenke mir einen besseren Weg, die Glühbirne zu machen. Er betete ohne Unterlass so, ohne Pause und bat um Gottes Hilfe. Schließlich erfand er eine der unverzichtbarsten Notwendigkeiten der modernen Gesellschaft und erhellte diese dunkle Welt. Sie alle, Gott, der das Ende von Anfang an kennt, hat jedes Wort in der Bibel geschrieben. Er hat uns auch geboten, ihr nichts hinzuzufügen oder etwas von ihr wegzunehmen. Deswegen darf man kein einzelnes Wort, das in der Bibel geschrieben steht, vernachlässigen. Man darf Gottes Anweisungen und Gebote nicht nach den weltlichen Maßstäben der Ethik und Moral betrachten. Der Maßstab unserer Beurteilung muss vielmehr auf Gottes Wort gegründet sein. Manche sagen vielleicht, Gott hat uns diese Lehre gegeben, damit wir miteinander auskommen, ohne zu kämpfen. Es ist nicht schlimm, wenn man das nicht tut. Wenn man diese Art zu denken mit Offenbarung 22, Verse 18 bis 19 vergleicht, so versuchen sie dann nicht zu sagen, es sei okay, etwas zu Gottes Worten hinzuzufügen oder etwas von ihnen wegzunehmen. Was sagt die Bibel? Gott wird dann dem Ausmaß entsprechend, indem der Bibel etwas hinzugefügt wurde, Plagen zufügen. Denjenigen, die Worte aus der Bibel wegnehmen, wird das Recht auf den Himmel genommen werden. Sie alle, der Grund, aus dem wir uns vorhin diese Verse angesehen haben, ist, damit wir dem Wort Gottes gegenüber diese Geisteshaltung entwickeln können. Es gab einige Fälle, in denen Gläubige von weltlichen Leuten kritisiert wurden. Er behauptet, an Gott zu glauben, aber sein Charakter ist sehr schroff. Er ist so selbstsüchtig. Sie interessiert sich für niemand anderen als sich selbst. Das sind natürlich keine Beispiele unserer Geschwister in Zion. Man kann viele Fälle sehen, in denen Leute negativ über diejenigen sprachen, die behaupteten, an Gott zu glauben. Wie können sie sich so verhalten, während sie behaupten, an Gott zu glauben? Wie kann so jemand ein Gläubiger sein, geschweige denn ein Titelträger werden? Ich fühle mich unwohl, wenn ich höre, wie sie so über andere reden. Dies darf unter unseren Geschwistern in Zion auf keinen Fall passieren. Wenn da noch weltliche Gewohnheiten sind, so sollten wir sie in himmlische Gewohnheiten ändern. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 5 über. Kapitel 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nützer, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure … was für Werke? Eure guten Werke sehen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Kann man diesen Worten etwas hinzufügen oder etwas von ihnen wegnehmen? Das darf man nicht. Manche denken vielleicht, gemäß diesem Vers tue ich genug. Nein, so dürfen wir auf keinen Fall denken, sondern müssen vielmehr den gnadenreichen Lehren Gottes so gehorchen, wie sie sind. Wenn wir zufällig noch irgendwelche anstößigen Werke oder Handlungen haben, die von den Leuten um uns herum kritisiert werden könnten, so sollten wir von heute an umgehend all unsere bösen Werke und Gedanken und unsere Selbstsucht ablegen und uns an Gottes Wort erinnern, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lassen Sie uns alle Schritt für Schritt mit einem reifen Glauben als das Volk Gottes von neuem geboren werden. Lassen Sie uns zu Titus Kapitel 2 übergehen. Wie sollten wir unser Leben führen, wenn wir Christen sind? Wenn jemand sagt, sein Verhalten hat sich überhaupt nicht geändert, obwohl er ein Gottesgläubiger geworden ist, dann hat unser Verhalten Gott entehrt. Sehen wir uns Kapitel 2, Vers 7 an. In allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersache beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen. Zu widersprechen ist eine Trotzhandlung. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir mit Weisheit sprechen können, anstatt zu widersprechen. Hier steht Sklaven, aber wir leben in einer Zeit, in der es keine Sklaven gibt. Aber sind wir an unseren Arbeitsplätzen und in der Gesellschaft nicht umgeben von hierarchischen Organisationsstrukturen? Solange etwas, was ein Vorgesetzter ihnen sagt, zu tun, nicht etwas Böses ist oder gegen den Willen Gottes verstößt, gehorchen sie ihm bitte fröhlich, ohne zu widersprechen. Vers 10, hier steht, nichts veruntreuen, auch das ist eine Lehre Gottes für Christen. Nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Heilands was? Ehre machen in allen Stücken. Wenn wir das tun, so werden die Leute denken, jemand, der solch ein Leben führt, kann wirklich als wahrer Gläubiger an Gott bezeichnet werden. Sie sind vertrauenswürdig und zuverlässig. Die Bibel lehrt uns, beim Zeigen von guten Vorbildern die Führung zu übernehmen. Vers 11, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen, dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum Gott uns bittet, in dieser Welt solch ein Leben zu führen. Gott bittet uns auf keinen Fall ohne einen Grund, irgendetwas zu tun. Gott bittet uns nicht, etwas zu tun, was nicht mit unserer Erlösung in Verbindung steht. Während wir in dieser Welt leben, müssen wir darauf Acht geben, den 66 Büchern der Bibel auch nicht ein Wort hinzuzufügen oder von ihr wegzunehmen. Auch wenn wir bisher in einer weltlichen Art und Weise gelebt haben, da wir Gottes Wort erlernt haben und es kennen, sollten wir es nicht von diesem Augenblick an in die Tat umsetzen? Vers 13, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilerns Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Hier steht, dass Gott all diese Lehren und Weisungen gibt, um sich ein Volk zu reinigen, das sein Eigen ist. Sie alle. Sind nicht wir alle Gottes Volk? Wir sind Gottes Volk und außerdem sind wir auch Gottes Kinder. Gott gibt uns diese Lehre, damit wir zu Gottes eigenem Volk werden können. Also müssen wir uns von den weltlichen Leuten unterscheiden, die nicht diesen Lehren entsprechend leben. Manche fragen vielleicht, ist es nicht okay, einfach ein moralisches und ethisches Leben zu führen, ohne an Gott zu glauben? So ist es nicht. Als Gottes Volk, das in der Wahrheit ist, lehrt er uns, wie wir unser Leben führen sollen. Die Israeliten mussten durch die Wildnis ziehen, bevor sie das Land Kanaan betraten. Sie verbrachten 40 lange Jahre in der Wüste. Während dieser Zeit gab Gott ihnen seine Gebote und lehrte sie die Wichtigkeit des Sabbatages und wie man in Gehorsam seinem Wort gegenüber lebt. Gott tat das, damit es den Israeliten in allem Wohler ginge, wenn sie das Land Kanaan betreten würden. Während wir heutzutage auf der Erde leben, denken wir vielleicht, die Leute um mich herum sind kaltherzig, böse und schroff. Sie sind selbstsüchtig und interessieren sich nur für sich selbst. Vielleicht sollte ich mich einfach so verhalten wie sie. Weltliche Menschen gehören zu der Welt. Damit wir aber zum Himmel gehören, sollten wir Gottes Lehren entsprechend leben. Gott hat zu uns gesagt, dass wir das Salz und das Licht der Welt sein sollen. Die Rolle des Lichts besteht darin, die Finsternis zurückzutreiben, und Salz wird als Konservierungsmittel benutzt, um zu verhindern, dass Dinge verderben. Gott möchte durch die Kinder Zeons diese verdorbene Welt reinigen. Aus diesem Grund müssen wir Christen unbedingt auf diese Weise leben. Ich hoffe, dass wir uns das heute in unsere Herzen prägen können. Auch wenn wir viele Male Gottes Gebote und Gesetze gelernt haben, bitte lesen Sie die Worte über das Leben eines Christen in Epheser Kapitel 4. Um uns die Erlösung zu schenken, gibt es viele Lehren, die Gott uns gegeben hat. Obwohl diese Lehren in der Bibel stehen, sagen manche, die Bibel ist lediglich ein Leitfaden für uns in unserem alltäglichen Leben in dieser Welt. Hat sie wirklich irgendetwas mit unserer Rettung zu tun? Solche Worte sind Unsinn. Alles, was in den 66 Büchern der Bibel geschrieben steht, hat etwas mit unserer Rettung zu tun. Umfassen die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht alle 66 Bücher der Bibel? Was geschieht, wenn jemand diesem Buch irgendetwas hinzufügt? Wir dürfen auf keinen Fall unsere eigenen Meinungen hinzufügen. Lassen Sie uns unser Bestes tun, um Gottes Lehren zu gehorchen und uns anstrengen, um sie in die Tat umzusetzen, während wir denken, welche Lehren hat Gott uns in seinem Plan für die Rettung der Menschheit gegeben? Lassen Sie uns zu Epheser Kapitel 4 übergehen, Kapitel 4, Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Bedeutet das nicht, dass wir nicht leben dürfen wie die Heiden? Vers 18. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Das bedeutet, diese Leute, die weltliche Leben führen, ziehen von Gott getrennt ziellos in der Welt herum. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschwerfung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben, wie in Habgier. Das bedeutet, dass sie von Gier getrieben sind. Gier ist Egoismus. In Habgier, Vers 20. Hier steht, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Lehren, die wir empfangen haben, und denen, die die weltlichen Leute empfangen haben. Das liegt daran, dass wir von Gott gelehrt werden. Sollten wir als diejenigen, die von ihm gelehrt wurden, nicht die Perspektive von Gottes Volk haben? Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Vers 21. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Wir müssen unseren alten Weg zu Leben ablegen. Unser altes Selbst, unseren alten Charakter, unsere weltlichen Gedanken. Vers 23. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nur dann können wir alle ins Himmelreich gehen. Fahren wir mit Vers 25 fort. Darum legt, was sollten wir ablegen? Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zirnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Was sollten wir tun? Wir sollten all das ablegen. Vers 32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Sie alle, als die Bürger des Himmels, müssen wir so leben. Es wird unmöglich sein, Gottes Willen zu befolgen, wenn wir miteinander streiten oder ein Herz voller Zorn und Hass haben. Selbst wenn solche Menschen die Bibel lesen, kann Gottes Wille nicht in ihre Herzen übermittelt werden. Sie können nicht bewegt oder inspiriert werden. Lassen Sie uns erneut über uns selbst nachdenken. Es gibt einen klaren Grund, warum wir unser Leben so führen müssen. Wir haben einen guten Grund dafür, ein göttliches Leben zu führen. Wir dürfen nicht denken, dass wir so leben können, wie andere Leute es tun. Ich möchte Sie alle erneut darum bitten, nicht von den Wogen der Welt fortgeschwemmt zu werden, sondern alle Zeit an Gottes Lehren festzuhalten. Gott hat uns auch viele kostbare Lehren über die Familie gegeben. Von Zeit zu Zeit aber sehe ich einige, die diese Lehren wegen ihrer eigenen Sichtweise und persönlichen Gefühlen leichtfertig ignorieren. In Epheser, Kapitel 5, Vers 22 steht, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Das ist kein Gedanke oder eine Meinung von mir. Das ist Gottes Wort. Denken Sie nicht, es gibt einen Grund dafür, dass Gott, der das Ende von Anfang an sieht, diese Worte gesprochen hat? Nichts ist ohne Gottes Willen geschaffen worden, weder der Himmel noch die Erde noch irgendetwas anderes in der ganzen Schöpfung. Es muss einen Grund dafür geben, dass Gott uns diese Lehre gegeben hat. Es ist eine absolut essentielle Lehre. Lassen Sie uns fortfahren mit Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Hier steht, dass Männer ihre Frauen lieben und schätzen müssen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahin gegeben hat. Wir müssen das tun. Obwohl all diese Lehren in der Bibel enthalten sind, neigen wir, weil wir sie nicht so oft studieren und uns in die Herzen prägen, dazu, den Maßstäben zu folgen, die die weltlichen Leute setzen. Müssen wir nicht alle Lehren Gottes befolgen, auch in Bezug auf unsere Familien und die Gesellschaft? Die Bibel sagt, dass Frauen sich in allen Dingen ihren Männern unterordnen müssen und dass Männer ihre Frauen lieben sollten, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sogar ans Kreuz geschlagen wurde. Sehen wir uns Vers 26 an. Um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind was? Wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder, habe lieb seine Frau wie sich selbst. Die Frau aber muss was tun? Sie ehre den Mann. Als sie jünger waren, haben Ehemänner viele Anstrengungen unternommen, um ihre Familien zu unterstützen. Wir sollten sie jetzt, da sie sich zur Ruhe gesetzt haben, nicht vernachlässigen. Wie sollten wir sie behandeln, wenn sie sich zur Ruhe gesetzt haben? Wir sollten sagen, du hast dich sehr aufgeopfert, um unsere Familie zu ernähren und zu unterstützen. Lass uns von nun an gemeinsam an Gott glauben und den Rest unseres Lebens behaglich leben. Wenn der Mann früher nach einem langen Arbeitstag nach Hause kam, so wurde er von allen Familienmitgliedern begrüßt. Wir danken dir sehr für deine ganze harte Arbeit. Behandeln Sie ihn nicht schlecht, nur weil er im Ruhestand und einem fortgeschrittenen Alter ist. Ehemänner und Ehefrauen sollten einander, bevor und nachdem sie sich zur Ruhe gesetzt haben, gleich behandeln. Denken wir noch einmal nach. Warum gibt uns Gott diese Lehre in der Bibel? Lassen Sie uns nicht leben wie die weltlichen Leute, sondern den Maßstab für unser Leben vielmehr an Gottes Worten ausrichten. Wenn man in Epheser Kapitel 6 fortfährt, so kann man Gottes Lehren über die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern sehen. Epheser Kapitel 6, Vers 1 Dem Herrn zu gehorchen bedeutet, ein Leben des Gehorsams in einem gemeinsamen Glauben zu führen. Vers 2 Was müssen wir tun? Ehre Vater und Mutter! Das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen. Wenn sie arbeiten, dann arbeiten sie nicht, um einfach andere für sich zu gewinnen, wenn sie sie beobachten, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Gott hat uns all diese Lehren geschenkt, aber wir neigen dazu, sie zu ignorieren. Selbst in der Welt wird man ausgeschlossen, wenn man Dinge nur halbherzig tut. Sie alle, egal wo wir leben oder was für Menschen um uns herum sind, wir sollten allezeit die Merkmale der Kinder Gottes zeigen. Das Salz darf auf keinen Fall seine Salzigkeit verlieren. Erfüllt das Salz seine Aufgabe als Konservierungsmittel nicht nur, solange es salzig ist? Deswegen hat Gott uns gesagt, dass wir das Salz und das Licht der Welt werden sollen. Ob es um die physische oder die geistliche Welt geht, ich hoffe, dass wir alle die Kinder Gottes sein werden, die die Rollen des Salzes und des Lichtes der Welt erfüllen können. Lassen Sie uns mit Vers 7 fortfahren. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist, und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Anstatt hier das Wort Sklaverei zu sehen, kann man verstehen, dass es um die Beziehung zwischen Menschen in einer hohen und Menschen in einer niedrigen Stellung geht. Auch wenn sie in einer solchen Beziehung stehen, arbeiten sie nicht nur, um sie für sich zu gewinnen, sondern arbeiten sie, als wäre ihnen das, was sie tun, von Gott anvertraut worden. Unser Gott lehrt uns, die Kinder Zions mit ganzem Herzen zu arbeiten, egal unter was für Herren wir in der Welt arbeiten. Manche fragen sich, bestimmt mein Gehorsam meinen Vorgesetzten gegenüber wirklich darüber, ob ich in den Himmel gehe oder nicht? Muss ich meinen Vorgesetzten wirklich gehorchen, wenn jemand solch eine Frage stellt? Hier ist, wie Jesus antworten würde. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 20 Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrtenen Pharisäer, so werdet ihr nicht ... Was wird nicht geschehen? Ihr werdet keinesfalls in das Himmelreich kommen. Es gibt eine wichtige Betonung, die in anderen Übersetzungen zur Geltung kommt und auf die man sich in diesem Satz konzentrieren muss. Welche ist das? Es ist das Wort keinesfalls. Hier steht, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrtenen Pharisäer, so werdet ihr keinesfalls in das Himmelreich kommen. Sie alle, wenn man über diese Punkte hinweg sieht, indem man sagt, gibt uns Gott diese ethischen und moralischen Lehren nicht nur, um uns zu guten Menschen zu machen? Macht es wirklich einen Unterschied, ob man das tut oder nicht? Den macht es auf jeden Fall. Die Worte, ihr werdet keinesfalls ins Himmelreich gehen, entspringen nicht meiner Idee oder Meinung. Das ist eine Lehre, die der Menschheit direkt von Gott gegeben ist. Deswegen müssen wir alle, die wir auf dem Weg in den Himmel sind, unsere Leben diesen Lehren entsprechend führen. Lassen Sie uns alle zu dem Salz und dem Licht der Welt werden und viele Seelen in die Arme Gottes führen. Lassen Sie uns auf diese Weise alle Ehre an Gott zurückgeben. Damit möchte ich die heutige Predigt beenden. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020